Im Ausschuss an die Hexer folgt die Gucko-Musik der Hannem Gucka mit dem Dirigenten Im Ausschuss an die Hexer auf dem Stadtmüller So, jetzt kurz noch in den Oberkruf, soviel ich weiß. So, nochmal. Jawohl, 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 auf die Hexer mit ihrem Nahrung, freigräftige Hexer, 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 Hexer. So, nochmal auf die Tare zum Schlusswort-Turm, dreigräftige Schlussball, 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 Schlussball. Als Nächste Zunft darf ich begrüßen, den Namen von Hilfenschlecker aus Grundstädter, mit ihrem Zunft-Fall beharmen Löffler und ihrem Nahrung Ruf. Hilfenschlecker, Hexer, 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 Hexer. Der Nahrung Ruf wurde 1989 gegründet und macht zur Zeit 120 Mitglieder und ist seit 1995 im Nahrung Ruf-Alm-Laufer. Hilfenschlecker! Hoi! Das ist auch wieder Weissnau, der Hilfenschlecker. Hoi! Auch ruhig... Auch ruhig begrüßen mit der GFDG. Hilfenschlecker! Hoi! Hilfenschlecker! Hoi! Hilfenschlecker! Hoi! Hilfenschlecker! Hoi! Ah ja, jetzt der erste! Hoi! Auf der vorderseite stellt ihr der Ortskampf von Grottschütte mit der Hilfe da. Vor circa 200 Jahren. Oder auf der Rückseite... Nein! Auf der Rückseite ist der Stelle vom Nangerbohm dargestellt. Noch mal auf die Hilfenschlecker aus Grottschütter 3GFDG. Hilfenschlecker! Hoi! Hilfenschlecker! Hoi! Hilfenschlecker! Hoi!